Musik Das ist so Bullshit Wenn man da oben aus dem Balkon hier raus guckt und dann einfach mal da steht und in den hoch Ach du Scheiße, na klar Das sieht aus wie in der Pfanne Die kannst du jetzt mal latschen Ey, ich seh absolut gar nichts Wir haben ein großes Problem, vorne steht ein Auto So ein kleines Weihnachtsvideo für euch Das ist so Bullshit Ach, hier ist so grob Robert muss erstmal was essen Okay Robert hat Hunger Und bei René scheint schön die Sonne mit hinter Ja Sieht gut aus Ja, sieht gut aus Du stehst immer auf die Bäm Und da ist das, wo wir aber wahrscheinlich gleich reichen Wenn wir an Eingang sind, heißt das Weißt du, der holt sich was zu essen und ich schmier mir zuhause Ich sag mal was Ich hab noch eine Studie geschmiert Ah, wieso denn? Ist auch vorbildlich Nein, er muss den Konzerten gehen Wenn wir nachher schieben Mhh, nham, 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 nham Mhh, schmeckt gut Sehr gut Na, schmeckt gut Sehr gut Na, erzähl doch mal was jetzt über deine Schule hier Hahahaha 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 Was ist denn da zu? Ist das jetzt Blüten hier, Alter? Wenn man da oben auf dem Balkon hier rausguckt Und dann einfach mal da steht und ihn hoch Hahahaha Das wär hart, Alter Hahahaha Das wär richtig wies Moin, Jungs Hift Das wär der Hammer jetzt, wa? So, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder Wir haben noch einen Eingang gefunden Ah, der ist scheiße Wir haben noch einen Eingang gefunden Der ist noch Der ist noch beschissener Diesmal haben wir nicht so lange, jetzt im Grunde Eingang zu finden Guck mal hier, schön mit Röllchen Schöne Bautür, hier Schöne Bautür, hier Das sind die Kamera, hier sind keine Haben ja den großen Halberkinen gesehen Hier ist, äh, wie gesagt, draußen Was ist denn da los? Das ist ein Kurier Der Nachbettbewerb Uh Ah, die Boxer, Alter, den Karm hier rausreißen Ja Komplett rausgefallen, die die Hammer Stimmt Oh, Mann, geht Buche ich denn eine Leiter? Naja Die machen doch hier noch voll viel Alter, schuldig Ja, erstmal gucken Halt, ich zeige mir an Kameras oder so Ist schon toll aus Boah, hier sind die L-Platten Boah, jetzt staunen das hier, dass sie heute gar nicht hier sind, leider Alter, guck mal, warum stehen Kerzen Ist die krass da? Wo? Da Alter Das tut mir richtig geil los Ja, Mann Das tut mir so gut Ich geh noch nicht ab, ne? Ich geh noch nicht ab, ne? Ich geh noch nicht ab Da Ich geh noch nicht ab Ich geh noch nicht ab Was? Ach, ein Lift Äh, Jungs Das ist irgendeine Elektro-Bude, die hier was macht Ah Das ist irgendeine Elektro-Bude, die hier was macht Ja Steht auf der Leiter drauf So Was steht auf der Leiter drauf? Oh, was mit der Elektro-Bude Okay Okay Das heißt also, hier könnten doch irgendwelche Stromarbeiten sein Das heißt also, Kamera Könnten Sein Ja, jetzt sind wir aber bei den anderen Bildern waren ja auch nicht mehr aus Ja, das steht da rein Und hier Ja Ja Hier für die Bauarbeiter, ich soll noch Waschbecken durch hier lassen Ja, ja Was ist das? Kühlschrank Krass, Alter Ist ja gar schon Kühlschrank So Auch hier, die Küchen sind hier oder so drin Ja So Auch hier, die Küchen sind hier oder so drin Ja Schön safe Was ist das denn weg? Da ist doch was Na hoch mal ich mir Alter Decke ist nass Ja Die ist richtig freundlich. Was ist denn da? Ach, die ganzen ollen Spacken, ne? Ja, ne. Das ist ein Wahnsinn, ne? Krass. Krass. Vielleicht kann man das nicht machen. Guck mal da hin. Er ist eine Feierkarte. Ja. Ach du Scheiße. Geht diesen Treppenflur an, ey. Okay. Alter, die Karte wieder. Oh, 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 oh. Hier. In der Karte. Ja. 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 Da hab ich hier noch nicht gefunden. Also ich hab jetzt immer geguckt, dass ich irgendwo Kameras sehe oder irgendwas. Ja. Aber guck mal, hier ist nur ein Wasserkabel. Also ein richtiger Abschlusskabel ist ja noch nicht gezogen. Ja. Ist da eine Verteilung? Weißt du was? Wir gehen jetzt mal unten in den Kellerheim. Und wenn sie hier... Guck mal, das geht da neben mir unten durch. Wenn sie hier eine wirkliche Verteilung gemacht haben, steckt sie unten. Und dann können wir gucken, was ransteht. Du willst da über den Keller. Pssst. Bitte. Ist da auch ein Lichtschalter? Ja. Guck mal, bitte. Daher tot. Okay. Kommt raus. Oh, die Blöbel ist schon voll alter. Ja, dann starrt das wohl nicht mehr, oder? Ja, geh mal hier. Ja, die wollen die Tauben halten. Zu viel. Du glaubst, die werden ja erst die Gabelkontaktgebung neu machen. Und dann werden die ja anfangen, äh, zu besserieren. Ja. Wahrscheinlich. Ja. 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 Observ는데요. Ja. Ja. Okay. Das ist die Anregung eigentliche von den Fintabloni oder den 모든atlingtonen. Ne, ey manchmal, die Wir sind von da rein. Boah Geissen, alter. Wieihhh. a System. Alter, übel spooky. Boah guck mal. Ne me bedeutet die receiver. Ist doch geil. Alter. Ja. Das richtig, Alter, was? Ja. Das das ist krass. Ich hab von Phoenix. ich Ja, wir wissen ja, wie rinnt ja, ne? Ich kann nur noch so in den Keller... Ich glaube, ich lass noch nix. Die haben wir weiter hier. Na ja, weiter. Wir sind neu, glaube ich, oder? Ja. Oh, die haben geklemmt. Alle abgeschnitten. Fast. Oh, die haben sie mal gesichert. Ich zeig mal. So. Neu geklemmt, guck mal. Ich mach. Scheiße. Aber dazu sind die Oblettern ab. Ja. Hier kann ich auch die Oblettern ab. Das sind auch deine Koppel. Ich mein, du kriegst so wenig Stau hier. Ach du Scheiße, na klar. Boah. Das ist doch ein mini-coolen Keller, oder? Was ist denn los, Robert? Ja, dann guck dir das mal an. Ja, dann geh ich auch da rein. Guck mal. Ja, jetzt doch jemand. Ja. Ja. Komm, bloß nicht hoch, Alter. Was ist denn noch? Äh, da ist's. Hier ist eine normale Tür. Da hinten ist der Kokomotorbin. Also die Heizung würde ich mal sagen. Oh ja. Zumindest die Lüftung. Wollen wir noch nicht weiter. Wollen wir den Gärtner nicht verlieren. Ja. Ja. Jetzt hat man ja eigentlich schon mal was Atemschutzmaske umsetzen müssen, Alter. Das hab ich hier am Mock. Ja. Ne. Aber warum sind hier unten so viele Räume, hier fließt eine Wände und PVC unten auf dem Boden? Ja, das verstehe ich nicht. Aber hier sind auch noch die Lichtschalter. Zumindest neue Räume. Ja. Da. 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 Da geht's auch um, oder? Hä? Neu. Okay. Da ist aber was gekommen, oder? Boah, die sieht man hier richtig schön, oder? Cool. Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist ja krass. Hast du immer irgendwo krank Wasser? Ja. Ja. Da. Da denkst du ab und zu mal, ja, okay, könnte geiles sein, so wie jetzt hier. Dann hast du ja wieder Räume, wo du denkst du, alles kann. Alter. Da denkst du so, da wird wieder irgendwie da eingesperrt oder sowas, weil er viel durchdreht. Ja. Irgendwie ist komisch. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Hier, die ganzen Stufen sind doch so ein kompletter Block. Krass. Das geht doch nicht mehr, Leute. Alter. Alter. Oh. Krass. Sehr geil. Mit Kindersicherung. Oh, alles schon geil, oder? Ja. das haben wir wieder verewigt die haben ja die die hölzer hier unten die haben die hölzer hier frisch freust du bist alles kaputtet haben wir alle fliege mal in der warte aber kippt doch mal was weg, Alter, das ist ein Tilt, das sieht aus wie elefant Das muss doch alles heizen. Das ist ein neues Schloss. Was machst du? Was ist denn das? Oh, hier ist es kalt. Alter, Schuhe. Alter. Geil. Die Zeitung. Alter, von 1990 am 27. Juni, Freitag. Krass, krass. Hier hat schon jeder ein schönes Neues gemacht. Wir sind übrigens schon auf dem Dachboden. Und der ganze Dachboden ist noch. Alter, da musst du ja echt gucken, wohin das ist, oder? Ja. Na, Kike, hier haben sie auch schon ein neues Schluck gezogen. Tatsache. Mal kich mal die dünnen Wände an hier oben, ne? Unten hast du übrigens die fetten Wände an hier oben. Ja. Boah, kik dir mal das Fenster an da hinten. Geh mal weiter. Tata. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Das steht auch. Heizkörper nochmal. Geht der da an? Schon richtig mit Rundbogen und alles. Das haben wir letztens bei dem anderen Krankenhaus auch rausgefunden. Die haben hier oben das Personal wohnen lassen. Ah, okay. Aber geht doch mal an die dünnen Wände. Ja, Mann. Die kannst jetzt halt da atschen. Reicht doch. Was sind gerade auch die Ärzte, wenn die sich dann ausruhen, ne? Genau. Haben die alles hier oben im Dachstuhl immer gemacht. Oh, hier ein fetter Stallträger. Ja. Noch nicht. Also hier musst du echt aufpassen, wo du nimmst. Das ist noch ein richtiges Haus, Alter. Die Fettniss ist noch zusammen. Hier oben ist noch erst morsch. Also relativ morsch. Ja, hier oben. Ja. Da haben wir die Mütter gemacht, glaube ich. Na, weißt du aber, die Klo? Du hast doch von da hinten, hast du doch so was abgedeckt, das gesehen. Ja. Das wird bestimmt da oben durch die Luke gehen. Ja. Und die haben die bestimmt abgedeckt, weil das sonst zerrissen wäre. Also kaputt die Hange wäre weiter. Da war ja. Alter, mit der Lampe in der Fresse zu laufen, ist echt scheiße, ne? Ey, ich sehe absolut gar nichts. Hauptsache ihr seht was wahr. Aber ich bin ja mal nicht so. Wenn ich hier runterkrache, seid ihr schuld. Wo ist aber, habt ihr mal geguckt? Ah, Dominik hat eine Abkürzung. Einfach raus. Aber hier oben ist nicht viel, ne? Das ist irgendwie... Ne, ich meine, das geht auch nicht so weit. Wenn ich mir überlege, unten im Keller war ja riesig. Das Ding ja... Alles sauber. Das hast du nicht gefunden. Ach, das ist von dem Fahrstuhl, wahr? Ja. Das ist ja sehr schön. Ich will cool. Alter, wenn der jetzt runterkommt. Ach nee, das ist ja ohne Deckel, dann kommt der nicht. Nee, also wenn der runterkommt, dann... Halleluja. Muss man hier in den Trier schubsen. Nee, das ist ja mal nicht schlecht, aber... Ja, das ist schön, Biber-Spenze. Und teuer. Ja. Da hinten geht es doch noch nicht weiter. Ich warte mal auf euch, ne? Das ist mir sonst ein bisschen zu spooky. Das haben wir ja schon ein paar Mal durch. Jedes Mal eine Hosenscheiße. Ganz ehrlich, warum... Darum macht man so ein Fenster nur zu? Von hier aus kommt da keiner hin. Nee. Die Spatzen! Die Spatzen, äh, Spatzen! Die Spatzen. Die Fliegen mit Spatzen. Die Fliegen mit Spatzen. Oh ja, alles Holzböen, ne? Krasse Scheiße. Fässiges, ja. Entschuldigung. Ja? Komm ich nicht, da hast du irgendwas unter den Weg. Ich hab das vorhin auch gemerkt. Hier, wie es da noch schön feuchte unten ist alles. Ja. Schnüffdecke. Fraterie. Oh, ist das weich hier. Ja. Ist ja ordentlich für mich, wa? Das, denke ich mal, so die Art zu heißen. Das kann sein, das sind die. Also die Schlafzimmer. Was ist das hier? Dusche? Das ist ja das. Doch. Ah, hier noch. Der hat Klo, genau. Katzenwäsche. Konnten sie noch. Hier haben sie wieder einen Punkt gemacht. Ja. 2006. Ja. Ja. Ach, hör auf. Ja. Ach, hör auf. Ja, hör auf, ey. Du gehst nicht mehr, weil du auch. Der ist doch nicht mehr auf dem Benutverstand. Der ist doch draußen die Straße. Der ist ja Luftdruck her. Der ist die Bahn. Das ist aber so lang, ne? hier waren die waschräuber vorsicht vorsicht hier das brett ist durch 2030 wir haben dann noch 2021 das ist doch genau meine welt hier klingt hier diesen dachstuhl an geiler scheiß hammer wahnsinn wasser irgendwann kribbelt mir in der wange das kann sein ich überlege schon die ganze zeit ob ich singe aber ich trau mir echt gerade okay Okay, drei, zwei, eins. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du sprichst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh, so ein Cut. Alter, ja woher könnt ihr den Text zugeben? Was ist denn los, Jungs? Ich kann den nicht mehr. Also, wenn du zwei Kinder hast, dann kennst du den Text. Ich hoffe, erst mal ein bisschen eins haben. Dann kann vielleicht noch ein Zwischend kommen. Okay. Alter, das ist ja mal weiter hier. Das ist wie lange ich recht, Alter, ich fand ja. Was? Das ist ja auch alles neu schon hier. Dann geht es jetzt hier wieder zum Dachboden, haben wir den vielleicht nicht? Okay, ihr seht die Treppe? Das ist ja der nächste Dachboden. Ach, oben. Ja. Oh. Zwischendachboden. Alter, jetzt hier noch Mädel mit schwarzen Haaren, Alter. Jetzt geht es ja vorsichtig, guck mal. Das ist ja scheiße, hier irgendwie so zu stehen da drin. Ja. Oh, Alter. Nicht meine Kopfhöhre. Wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Wann? Da vorne steht ein Auto. Wie hoch? Oh, gleich. Sprech mal raus, guck mal jetzt. Oh, ja. Ja, mal. Oh. Was? Du hast dir grad Vorschlitzer übergezeigt. Was machen wir jetzt? Wir warten mal ein bisschen weg sind, würde ich sagen, wa? Ja. Auto ist offen. Zwei Leute sitzen drinnen. Das ist immer dein Kind. Alles war so, dann kann ich nur vorbeobachten. Mann, so ein Scheißer. Vor allem da hinten wollte ich auch noch rennen. Also, da hinten rennen. Wollen wir wenigstens mal noch schaffen. Jetzt ist jeder, weil wir wieder gelogen sind zum Regieren. Das haben die nie im Beiltern, sonst würde ich jetzt nicht mehr im Auto sitzen. Oh, die warten auf der Brühe. Gucken sie schon. Gucken sie schon. Ja, Fortsetzung folgt. Wir informieren euch. Ja, so ein kleines Weihnachtsvideo für euch. Hallo, hallo. Haha. Ja, wir wünschen euch in diesem Sinne schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden... Das ist jetzt das letzte Video für dieses Jahr, denke ich, ne? Äh... Theoretisch. Ja. Theoretisch, ja. Weil wir haben gesagt, über Weihnachten und Neujahr so viel wird nicht kommen im Winter. Ne, weil alle sind beschäftigt. Weihnachten, Familie. Außer mein Gehen mal sogar verpasst zu hochzuladen. Kann er sogar jetzt fertig. Ja. Oh ja, ist nicht so schlimm. Freut euch einfach trotzdem drauf. Genau. Es kommt halt im neuen Jahr. Alles klar. Viel gesund. Und feiert schön mit unserer Familie. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.